Novak Tokovic ist ein serbischer Tennisspieler. Er ist die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste und beendete vier Saisos auf dieser Position. In seiner Karriere gewann er bislang 64 Titel im Einzel- sowie ein Turnier im Doppel. Elfmal war Tokovic bei Grand Slam Turnieren erfolgreich. So gewann er sechsmal die Australian Open, dreimal Wimbledon und zweimal die US Open. Einzig bei den French Open war er noch nicht erfolgreich. Zusätzlich gewann Tokovic fünfmal die ATP Old Tour Finals. 29 Turniere der ATP Masters 1000 Serie und 2010 den Davis Cup mit der serbischen Mannschaft. Seit Ende 2013 ist Tokovics Trainer der frühere deutsche Tennisspieler Boris Becker.